Was ist das Hexen-Ritt? Da sind einige Überraschungen mit den Besen und dergleichen und das glaube ich ist gerade für die Kinder ganz was Besonderes. Was wir heuer noch dazu kriegen ist, dass wir eine neue Rodelbahn dazu kriegen und zwar die Mondrodelbahn. Die ist sechs Meter breit, also wirklich für die Familien sehr, sehr geeignet und bei dieser Mondrodelbahn haben wir auch Inszenierungen und zwar rund um den Mond. Die Idee vom Glockenspiel ist eigentlich Spaß. Ich würde jetzt einfach nur sagen Spaß. Die Kurglocken brauchen wir jetzt im Winter nicht, weil die Kühe jetzt eben da unten sind und die haben keine Glocken rum. Jetzt halten wir sie dabei ausgeliechen, ob sie aufgehen kann und spüren ein bisschen umeinander damit, weil was soll ich denn sonst den ganzen Tag tun? Ich bin bei der Kuh, aber wie ist es geht? Keine Ahnung, ich zeig's euch gleich.